Was geht denn da ab, Junge? Was soll ich dir geben? Deine Waffe. Warum? Weil ich das, äh, möchte. Nee, Mann, das ist meine Waffe. Kauf dir doch selber eine. Ihr könnt mit mir mitfahren, wenn ihr wollt. Dann kann ich euch beschützen. Ähm, Waffe ist ein Überfall. Entweder gibt es mir eine Waffe. Okay. 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 Okay.